Jut, Leute, wat für ein Tag. Ich hab extra meine guten Orthopädie-Schuhe angezogen, weil ich heute von wat sprechen will, wat mir schwer aufm Herzen liegt. Schalke gegen Dortmund. Die ewige Feindschaft. Der größte Grund für den Pott, kollektiv den Mittelfinger zu heben und zu sagen, du bist entweder für uns oder du hast halt Pech gehabt. Und Dortmund. Ach, na, die schwarz-gelben Zecken aus dem Vorort von Lüdenscheid. Ja, die Rivalität gehört dazu. Aber damals haben sie sich gegenseitig noch beim Bolzen auf der Straße getroffen. Da ist noch mal einer zum Gegner rüber, hat gesagt, ey, pass auf, deine Stollen löst sich. Heutzutage? Heutzutage sehen die sich nur noch in Instagram-Feeds. Nice shoes, Bro. Hey, ich schwör, damals war Derby-Tag so wichtig, da hat die Oma hat sogar die guten Unterhosen für'n Opa rausgelegt. Und der Opa? Der ist schon um 6 Uhr morgens mit Schal und Bierdose in der Hand zum Stadion gelaufen, als wäre es die Tour de France der Arbeitslosen. Ist so. Früher, nee, als Derby-Tag war, da haste die Luft geatmet. Und die hatte mehr Spannung als der Strommast in Wattenscheid. 2. Liga gut und schön, aber geht doch nix über nen Derby-Sieg, da werden Helden geboren. Früher, nee, dat war noch richtig Fußball. Nicht dieser Hochglanz-Mist von heute mit Spielern, die in ihren Friseursalons wohnen. Don Tee, wir hatten Jungs aus der Nachbarschaft, die kamen direkt von der Straße, Schlamm noch an den Knien und Blut am Mund, aber Herz dat hatten se. Wenn du so einen gefragt hast, warum er spielt, dann hat der nicht gesagt, für mein Image. Nee, der hat geantwortet, für die Ehre, für Schalke, für Muddi. Ich sag euch, et fehlt wat. Et fehlt die Liebe zu dem Verein, dat Gefühl, den Dreck unter den Nägeln zu haben, vom Budenbauen im Hof und dann rein in die Turnschuhe, Schienbeinschoner. Pah, wat war dat? Heute, da beschwert sich der Spieler, wenn seine Proteinshakes im Bus umgekippt sind. Und wisst ihr, wat am schlimmsten ist? Dat sind diese Instagram-Fußballer, ey. Wenn die nen Freistoß schießen, machen die vorher noch n Selfie und posten, feeling cute, might score later. Junge, früher haben wir beim Freistoß so gezielt, dass der Ball wie ein Expresszug auf die Birne des Torwarts zuflog. Und der Torwart? Der hat danach nur noch Sterne gesehen. Und dat nicht wegen dem Instagram-Filter. Und dat, Leute, is wat fehlt. Herzblut. Wir brauchen keine Spieler, die sich mehr für ihr Selfie interessieren, als für die Eckenstatistik. Wir brauchen welche, die wissen, dass Gelsenkirchen nicht einfach ne Stadt ist, sondern ne Lebenseinstellung. Das, nee. Keiner von denen weiß noch, wie's ist, mit den Knien im Kies zu landen und trotzdem aufzustehen, mit Schotter unterm Nagel und nem breiten Grinsen im Gesicht. Heute sind sie beleidigt, wenn der Trainer sagt, mach mal zehn Liegestütze. Früher? Da hat uns der Trainer gesagt, du machst Liegestütze, bis ich wieder Hunger hab. Und dat war mindestens bis morgen früh. Aber heute? Heute gibt's diese Talentzentren. Hast du schon mal gehört? Da kommen die Kinder raus und sprechen über Kalorienzufuhr, als ob sie gerade nen Diätplan vom Dock gekriegt hätten. Früher hattest du auch ne Diät. Die hieß ein Brötchen morgens und dann ab auf den Bolzplatz. Und wenn du Glück hattest, hat der Uwe ne Cola spendiert. Der Uwe, der mit der Latzhose, ihr wisst schon. Und dann diese Legionäre von heute. Ey, ich sag euch, der eine hat ne Frisur. Da denkste, der holt nachm Spiel noch den Preis für den besten Pomadenverbrauch. Früher hatten wir Spieler, die kamen aus dem Pott, mit Klamotten, die nach Kohle und Currywurst gerochen haben. Der einzige Styling-Tipp war, mach die Haare wie du willst. Hauptsache dat Blut wäscht sich raus. Ey, ich sag euch, Legionäre, die bei uns spielen, haben mehr Länderpunkte aufm Pass, als ich Urlaubstage im Jahr. Der eine kommt aus Brasilien, der andere aus Island. Die einzige Frage, die sie sich stellen, haben wir hier eigentlich genug Friseure, die auch auf Englisch föhnen können? Also, Freunde, wenn ihr das nächste Mal so'n Legionär seht, der mehr Haare als Herz hat, dann denkt an dat Einzige, wat zählt. Dat Herz is blau-weiß, dat Herz bleibt im Pott. Und jetzt genug der Predigt. Ab zu Mutti, die wartet mit Pilzken und Schnittchen und denkt dran, Straßenfußballer forever, Legionäre nur auf der Bank. Applaus